das sind mehrere händler wir hätten den gleiter nehmen können aber so hat die biste mal was von der landschaft gesehen ist ja auch hübsch gemis hier auf titan ist doch meistens alles recht fahrten kodex eintrag 505 erfahrung kommen wir uns hier mal um die werden wir gelandet wenn die schlau gewesen wäre aber ich meine schlau mit waschen das ist der und dann haben wir noch zwei und erst mal alle quests ab und dann sprechen wir mit noch mehr junge jedi in kalikori so so ich bin jule fahrn meister der rituale willkommen ihr wollt an der zeremonie teilnehmen seid ihr euch der gefahren bewusst das für eine zeremonie tut mir leid ich weiß nicht wovon ihr sprecht dann hat man euch noch nichts erzählt entschuldigt viele eure freunde die padawane kommen nach kalikori um das ritual des übergangs zu vollziehen diejenigen die die zeremonie bestehen wird mit einer audienz bei kolowisch belohnt um ihre weisheit und ihre geschenke zu empfangen alles klar padawane machen das erzählt mir mehr wer ist kolowisch worum geht es in dieser zeremonie kolowisch lebt oben in den bergen einst war sie unsere anführerin jetzt leitet und beschützt sie uns um die zeremonie abzuschließen müsst ihr die tausend stufen zu ihrem zuhause erklimmen ihr müsst eine fackel bei euch tragen und die signale entlang des pfads anzünden ihr müsst die flamme vor den bestien und den fleischräubern beschützen so werdet ihr euren wert beweisen okay wenn ihr wollt kann ich die fackel entzünden sie brennt nur für kurze zeit aber wenn ihr würdig seid wird es reichen okay na gut ich bin bereit die flamme zu tragen dann geht und entzündet jedes der signalfeuer entlang des gebirgspfades wenn ihr das ende erreicht werdet ecolowisch begegnen alles klar chef gut hat keine zeitliche begrenzung auch wenn sich gerade ein bisschen so angehört hat ich habe mir Sorgen gemacht also gehen wir uns die anderen quests alle in ruhe abholen wie die riad eion kommt hier jedi hat einer bescheidenen dienerin der materialchen euer gehör ich versichere euch eure anderen angelegenheiten können warten alles klar mein name ist für die riad eion ich kümmere mich um die körper und seelen der dorfbewohner und ich habe eine bitte ich spreche von den fleischräubern sie werden in letzter zeit stärker und ich weiß wieso ich spreche von den fleischräubern sie werden stärker und ich weiß wieso okay ja wir haben ja gesehen die greifen jetzt auch schon die jede an sie sind keine gefahr für die stimmt ja nicht könnte man aber sagen wenn man will was mein interesse ist geweckt die fleischräuber haben experimente gemacht sie haben ein elixier entwickelt dass sie unbändig macht wenn sie es trinken werden sie rasend sie bekommen schaum um den mund und stürzen sich wie hungrige tiere auf ihre beute es ist eine widerwärtige medizin primitiv und unheilvoll wie konnten die fleischräuber so etwas nur erlernen ich habe keine ahnung derartige bosheit ist für uns unverständlich wir sind zu wenige um die fleischräuber direkt anzugreifen nicht einmal die jedi könnten diese ungeheuer auslöschen aber mit hilfe unserer krieger könnten die jedi die höhlen der fleischräuber erreichen und die bottiche mit dem elixier vernichten werde ich dafür bezahlt dass so als kopfgeldjäger oder schmuggler wenn ihr das manchmal macht dann schaltet ihr mehr geld manchmal als belohnung frei also gar nicht mal so eine schlechte antwort aber als jedi ich sorge dafür dass es geschieht ich danke euch dafür und du müsst mehr weiß wo die bottiche lagern hier ist unser wachhauptmann redet mit ihm um die geheimnisse der räuber zu erfahren macht noch ein fass auf oder drei das fest findet nur einmal im jahr statt und unser lager kann es verkraften ist auch gut wir haben einen ungebetenen gast die so umgebeten hey ich sehe schon fest des erwachens jedi ihr seid hier nicht willkommen ihr feiert ein fest was ist das fest des erwachens klingt lustig ist es und jedi sind nicht eingeladen was wollt ihr ja komm wir sind nett zu denen wer weiß ich das jemand hat ein jedi relikt aus den nagels entfernt einen holoprojektor ich hatte gehofft ihr hättet ihn gesehen ein holoprojektor ja ich weiß was ihr meint nahlin hat einen gefunden nahlin raloch vielleicht habt ihr von ihm gehört habe ich nicht aber es klingt als hätte er einen ruf nahlin raloch neun jahre in folge champion bei den duellen er hat mal einen ganzen spätrupp ganz alleine vor den fleischräubern gerettet er hat unsere verteidigung geplant schützt uns wenn wir auf nahrungssuche gehen ohne ihn gäbe es nicht einmal das fest und nein ich werde euch nicht sagen wo er ist nahlin verdient ruhe und frieden die macht mich sehr ärgerlich das wäre die böse antwort die werden sehr dankbar es gibt zwei liebe antworten die jedi glaube ich gehen den am arsch vorbei aber er könnte in gefahr sein die daten des hologramms sind nicht sicher nahlin muss gewarnt werden oder wollt ihr riskieren dass ihm etwas zustößt nahlin kann auf sich selbst aufpassen gegen fleischräuber sicher aber diese jedi technik ist manchmal seltsam nun gut nahlin ist in das gebiet der fleischräuber gegangen vermutlich ist er noch dort er ist schon eine weile fort dankeschön dann sollte ich nach ihm suchen genießt euer fest ich glaube nahlin hat dort draußen ein lager wenn ihr ihn seht sagt ihm er soll zum festschmaus kommen alles klar da haben wir noch was ach da hinten bei modul ist mehr dem bruder von oben ist weniger die ich glaube ich weiß was euch herführt wie daria schickt euch zu mir sie hat euch vom elixier der fleischräuber erzählt nicht war davon dass es die fleischräuber stark macht wie daria sucht einen weg das elixier zu vernichten aber sie macht da einen gewaltigen fehler wir sollten das elixier nicht vernichten wir brauchen es ich würde euch gut bezahlen wenn ihr es mir bringt und das ist auch wieder so ein ding kriegt manchmal eine quest von albtypen werde kommt dann zu einem anderen typen und der sagt aber wenn ihr das jetzt anders macht dann kriegt ihr mehr geld oder mehr links und ihr könnt euch dann entscheiden mache ich das für den ursprünglichen festgeber oder für den und wir bleiben natürlich beim zerstören ich bin nicht hier um mit euch zu verhandeln sagt mir einfach wo ich das elixier finde aber ich kann euch credits zahlen republikanische credits mehr als wie daria euch bieten wird das elixier kann unsere wachleute stark machen es wird sie vielleicht verändern aber es wird funktionieren so können wir unser dorf verteidigen und unsere feinde besiegen stellt euch nur vor wenn das elixier einen fleischräuber mächtig machen kann was wird es dann erst bei einem pilger krieger bewirken bringt es mir und ihr werdet belohnt gepriesen das elixier muss vernichtet werden und böse wäre gegen credits abgemacht aber wir vernichten ich werde euch nicht helfen den pilgern das elixier zu geben na schön hört auf ein altes weib und vernichtet das elixier das blut der pilger wird an euren händen kleben das elixier ist in den höhlen auf der anderen seite des dorfes zu finden doch ich bezweifle dass ein jedi auch nur in die nähe der bottiche kommt das hier könnte kann man das ausmachen aber ich weiß immer nicht genau ob man es auch in der face könnte man das ausmachen die schilder verzeihen das stört hier wäre die erste fackel also das erste licht das wir jetzt nun dabei der matriarchen gibt ja dieses diese gegner hat so dieses symbol da das bedeutet und ja auch dass er stärker ist als ein normaler gegner er ist noch kein elite aber er hält schon mehr aus als 0815 0815 wäre nach 2k ist halt schon längst down und er hält ein bisschen mehr aus später wird das natürlich noch also noch ein bisschen mehr aus bei der allererste die wir getroffen haben normalerweise sollten die gegner sein aber ich glaube jemand anders ist ja auch unter das ist und hat die alle schon geplattet und hat die alle schon geplattet das ist immerhin erfahr also diese silbernen mobs und die elite mobs das werden dann goldene die haben hundertprozentig dabei das ist ob es credit sind oder irgendwas aber irgendwas haben sie immer dabei bei normalen mobs ist das nicht sicher das ist auch wenn es schon angezündet ist ja sprich mit cool das gibt ja als einsiedlerin scheinbar kann man nochmal das schwert wegpacken habe ich vergessen keine ahnung aber jetzt ne x ist hinsetzen scheiße äh kleidungsdesigner ja gibt es aber wir haben ja noch keine richtige kleidung da könnt ihr euch so sets anlegen ähm und die speichern so dass ihr mit einem klick dann die komplette ausrüstung erzieht auch kolo ich scheint oben zu sein ja hallo ihr habt euch tapfer geschlagen ich habe die signalfeuer gesehen als ihr den pfad erklommen habt nur wenige von euch schaffen es so weit ich bin kolobisch erste matriarchin und deuterin der alten schriften ich habe unser volk auf diesen planeten geführt seid willkommen es ist mir eine ehre euch zu treffen matriarchin und es ist mir eine ehre einen jedi zu treffen der unsere sitten achtet selbst unser eigenes volk die anderen twilight verspottete uns und lehnte die autorität der matriarchin ab darum kamen wir hierher jetzt habt ihr das ritual durchlaufen und zählt zu den freunden der pilger ihr teilt unsere last und unsere stärke ihr seid sehr freundlich es ist mir wirklich eine ehre nehmen diese geschenke ihr müsst wissen dass wir nicht viel besitzen aber als jedi teilt ihr diese welt mit uns und euch steht eine schwierige zukunft bevor ja und wir möchten helfen kann ich irgendwie helfen erinnert euch an uns und an unsere sitten geht euren verpflichtungen nach und wisset dass mein segen mit euch geht so dann liegen wir uns wir haben ja auch noch und das ist so ein kleines kopfbändchen auch helme das zählt das hemd kann man ausblenden weil man will aber das stört nicht allzu sehr und als free to play spieler geht es glaube ich sowieso nicht dass man die helme ausblendet kostet geld konkurrierung das kann man ausschalten wenn der dunkle seite aber wir machen ja eh nicht dunkel wir machen hier hell auf fünf und in flashpoints ist das so wenn man jetzt in der vierer gruppe unterwegs ist da gibt es auch diese entscheidung gut oder böse dann wählt ihr also alle sind am gespräch beteiligt jeder wählt eine antwort und dann wird intern also das system würfelt war sie für eure antwort von 1 bis 100 und der höchste beruf gewinnt und die antwort zählt allerdings kriegt ihr trotzdem die punkte für die antwort für die euch entschieden habt das heißt wenn ihr eine helle antwort gibt aber den wurf verliert und der dunkle antwort genommen wird dann kriegt ihr keine dunkle punkte sondern keine sorgen jetzt zurück zum dorf kokolouris wir hätten uns da mal die schnellreise freich halten sollen aber die haben alle irgendwie einen cast gebraucht und der hat irgendwie vier cast gebraucht ein bisschen stärker der kleider gehen wir auch hier mit steht er hier auch doof straßenliste wenn ich tragen ja auch nicht so gut jedoch verbessert unsere aber wir können sie mit einer vorschau kann man die steuerung nix klick dann hätte die der vorschau so würde die straßenliste aussehen mit gezogener waffe der war so geschockt dass er im stehen gestorben ist das ist gut das ist ein besonderes item was haben wir denn da ist das nicht das wo ist es denn ja das war es nicht da hier dass ihr strahl kann man nicht fragen auch mittelschwer als je die ritter könnten die fragen hier ist natürlich also und tun könnt ihr auch nur außerhalb des campes öffnen geschichtsholos ah ja wenn ihr einen gefährten habt dann gibt es geschenke für den seine gunst quasi gewinnen mit geschenken oder einfach durch spielen durch die entscheidungen die ihr trifft jeder gefährte hat das meine vorlieben der eine mags wenn man nette antworten gibt der andere mags immer böse antworten gibt das findet ihr dann aber alles nach und nach selber raus und mit den geschenken jeder hat so seine lieblingsgeschenke dann ihr holt den gefährten quasi raus dann würde der jetzt sagen wir jetzt hätten wir diesen einen irgendeinen hätten wir jetzt draußen dann geht die hier drauf und wenn die dann mit der maus hier drüber geht dann steht da noch ein noch eine zeile bla 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 reaktion da drauf oder ne da steht wie sehr es ihm gefallen würde von mittelmäßig bis gar nicht bis viel wenn die kann man nicht nur finden die kann man auch kaufen und einige berufe finden die auch da gibt es viele möglichkeiten da dranzukommen wenn ihr je mehr euch euer gefährte mag desto mehr schaden macht er desto mehr leben hat er desto mehr heilt er und desto schneller erledigte aufträge also herstellungs aufträge oder sammel aufträge und die kritische treffer chance es gibt bei berufen auch eine kritische treffer chance dass man dann zb zwei anstatt einem nur herstellt die steigt auch also alles in allen lohnt sich dass das aufs maximum zu bringen ja und gefährten haben auch in der regel ja ich glaube alle gefährten bis auf die die man jetzt zum beispiel nur zu einem gewissen event gekriegt hat so als wenn du von da bis da abonnent bist kriegst du den gefährten bis auf die also die ganz normalen gefährten zumindest haben alle eigene quests die man machen sollte und die dann auch gunst bringen und meistens auch spaß und mit einigen gefährten kann man auch romanzen beginnen wenn man möchte also da gibt es verschiedene und wir haben eine bonus fest 15 von denen und wir haben erfolg freigeschaltet erfolge erfolge geben erfolgspunkte einmal manche mögen das ja zu sammeln aber es gibt auch erfolge die euch kartellmünzen einbringen so 20 kartellmünzen sind nicht viele aber es gibt welche und so kann man auch ein paar kostenlose kartellmünzen ankommen und die meisten davon erledigt man eh nebenbei also das ist ein schamane aber hier sind mehr 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 hallo ja wenn ihr solche leute habt die euch die mobs versuchen zu klauen oder was weiß ich was wenn euch das zu viel wird könnt ihr normalerweise auch die instanz wechseln würde es jetzt mehrere was machen die denn da ja guckt mal ne also das ist schon extrem assig ich glaube das freie und die kommen dann dahinter leider gibt es solche leute gibt es auch bei jedem mmo entkommt dem nicht aber wenn es euch hart auf den sack geht und eine weitere tython instanz offen wäre könntet ihr die einfach wechseln und dann werte die los aber wir sind die da da in der höhle umbringen denn da wollte ich doch ein ornimente her da haben wir denn da ein ein elite ich weiß ein level 9 ok den schaffen wir nicht level 9 elite ist doch ein bisschen zu hart den lassen wir erstmal bis wir einen begleiter haben und dann ist es auch erfällig das sind ja hier die botschafterphase da wenn wir da durchgehen sind alle anderen erstmal werden wir in einer eigenen instanz so und dieser jan kato der mir gerade jetzt geklaut hat macht hier gerade werbung für seine firestorm also auf den startplaneten wird schon aktiv nach gilden läuten gesucht ihr könnt allerdings auch wenn ihr jetzt nicht gerade viel to play seid eine eigene gilder aufmachen alles was ihr dazu braucht ist ein bisschen credits ich glaube 5000 credits und vier leute die unterschreiben die können auch gleich wieder raus gehen aber im optimalfall macht man ja eine gilde damit auch die leute da sind dann machen wir noch hier einmal und bevor die kommen war ich das hier kaputt so ich hatte nämlich schon ein Gefühl dass mir irgendwer im nacken sitzt ich finde ich finde ich in deinem eigenen äh gedöns oder eigentlich sollte hier auch gleich wieder so einen topf auftauchen einen einen die sind glaube ich das bin eine die Vielen Dank.